So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Sargent Power hier im Start. Ja, Freunde. Freunde des guten Geschmacks. Lego Star Wars DKS Video Nummer 79. Die komplette Saga. Und zwar gehen wir jetzt rein in die Episode 2. Und gleich mal vorweg würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingt, dann wisst ihr ganz genau, Sargent Power ist am Start. Sargent Power hat ein Video hochgeladen. Sargent Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung folgen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, wir sind immer noch dabei, das Spiel auf 100% hoch zu jagen. Und zwar, ja, gehen wir jetzt in die Episode 2 rein, den ganzen Scheiß einsammeln. Uns fehlen noch 8 goldene Steine, 29 Minikids, 60 blaue Behälter und 4 rote Steine in Angriff der Klonkrieger. So, dann gehen wir mal rein. Wir legen hier natürlich los in Kopfgeldjagd. Da fehlen uns lediglich 1 goldener Stein, 4 Minikids. Den roten Bauernstein haben wir schon. Und dann fehlen uns noch die blauen Behälter. So, gehen wir rein, würde ich sagen, ins freie Spiel. Die Herausforderung natürlich dann wieder am Anschluss. So, dann nehmen wir natürlich einen TIE Fighter mit. Brauchen wir ja. So, ganzen Extras haben wir angeschaltet, was wir brauchen. Die Stats mal 2 und Münz mal Knie und dann haubert dann gleich mal weg hier. So, wir sind jünger und brauchen das Geld. Wobei, das Einsammeln ist eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir... ja, Münzen einsammeln, eigentlich nicht so wichtig, wichtig ist, dass wir genau das hier einsammeln. So, in diese Kopfgeldjägerjagd. So, wir müssen gucken, alles abfliegen, wo es was zu holen gibt. So, wir brauchen auch noch weg hier. Dann gibt es nicht. Wir brauchen diese Schifte hier nicht weg, sondern wir müssen einfach gucken, wo gibt es unsere ganzen Minikids, die wir brauchen. Das ist so das Wichtigste an dem Spielgrad im Moment. Alles zerstören, was zu zerstören geht. Münzen sind halt ein kleines Goodie, was wir hier kriegen. So, das hier weg. Genau, da können wir gleich da hinten mit dem TIE Fighter rein. Warum gehen die nicht kaputt? Weil die so kaputt gehen. Bom, 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 bam, bam. So, da haben wir auch noch ein Schildchen. Das springen wir gleich mal. So, fliegen wir hier hin, genau. Und dann haben wir hier Minikid Nummer 7 drin gehabt. Sehr schön. So, fällt uns mit 3 Minikids und dann haben wir das eigentlich. So, gibt es irgendwas? Nein, dahin drücken wir nicht. So. So, alles. Abschauen, alles gucken. Das können wir machen. Dahin drücken wir nicht. Okay, da ging was kaputt. Und dahin drücken wir aber auch nicht. Also Münzen, man bringt hier nichts. Das war ein guter Bums hier. Okay. So, mal kurz gucken. Nee, oder auch? Kommen wir hier hin, drücken wir. Nein. So, dann haben wir was vergessen zu zerstören. Haben wir natürlich auch. Auf jeden Fall ein paar Münzchen nehmen wir mit. Okay. Okay. Mitnehmen, was wir mitnehmen können. Dann gibt es auch nichts. So. Also, wir sind noch so kaputt. Alles abgucken. Wo kann man hinterfliegen. So, da da oben geht kaputt. 3 von 5. Puff. 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 Was ist das jetzt so gehauen? Und 5 von 5. Was aber uns nichts gibt. Ja, aber das Spiel ist halt dann doch so irgendwie ein bisschen aufgebaut. Also, man muss sehr viel kaputt machen. Ich muss sehr viel zerstören, um alles zu sammeln. Aber, das ist gut. Wir kriegen es hin. Was man dann am meisten Sorgen macht, ist dann natürlich die blauen Behälter, die man einsammeln müssen. So. Da gibt es nichts. So. Da sind wir auch. Da waren wir auch schon. Dann müssen wir jetzt hier raus weiter. So. Alles weg. Alles weg. Zack. Genau so. So. Dann wir da. Weg mit. Weg mit. Weg mit. So. Jetzt glaube ich auch noch. Jetzt auch nicht hin. Das geht nicht kaputt. Geht's dahin drin? Nein. Geht's hier hin drin? Nein. Jetzt sollen wir hier durch. Okay. Das ist diese Scheiße so. Ich zerstör mich selbst. Mach nichts. Das geht nicht kaputt. Es geht kaputt. So. Gehen wir doch schon. Okay. Da gab es sowieso nichts mehr drin zu holen. Gut. Jetzt weiß ich schon, dass er kaputt geht. Das brauchen wir nicht hin. Okay. 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 Dann können wir mal alles kaputt kriegen. Deshalb geht es da irgendwo hin? Auch nicht. Okay. Okay. Hier geht was kaputt. Okay. Dann haben wir eine. Okay. Nummer 8. mal wieder gar nichts. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist scheiße wenn ich denn jetzt besiege dann ist das level vorbei das will ich noch nicht und ich kann nicht zurück wir müssen gleich noch mal rein meine freunde denn mir fehlen noch die mini kids die restlichen zwei das ist scheiße gar nicht dass mir jetzt noch zwei mini kids in diesem level fehlen das heißt wir müssen noch mal rein das gefällt mir nicht gleich noch mal rein nochmal ins beispiel noch mal den tie fighter mal gucken zwei mini kids die uns fehlen zwei beschissene mini kids die mir fehlen ok so 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 irgendwo nach hinten oder so 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 Okay, wir gucken mal, ob der Eil muss kommen. So, wir müssen mal gucken. Wenn wir irgendwo noch irgendwas verpasst haben, weil eins fehlt uns nicht. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Wir brauchen mal zwischen die Gebäude schießen. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Ich frage mir warum das Ding nicht so gut geht. Das ist ein Messer. 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 Oh Ja, ist das mal hier gucken. So, jetzt sehen wir, dass es aufgeht. Also eins haben wir ja gefunden wieder. Eins fehlt uns noch. Können wir jetzt auch wieder zurückfliegen? Nein, zurück können wir nicht. Okay. Sieben von C, schön. So, dann geht er hier auf, aber dann haben wir ja schon. Das wird jetzt was zum letzten Scheiß-Dino zu finden, Alter. Irgendwo irgendwas an einem Gebäude, wunderbar. Okay. Das war nix. Dann fehlt noch einer. Ich habe die Dinger auf jeden Fall alle getroffen. Dann haben wir so einen Luftballon, aber sonst nichts. Oh, okay. Der war hier irgendwo. Wir haben ihn gefunden. Dann haben wir das jetzt fertig und das nach 28 Minuten. Ich weiß aber nicht, wo der war. Einfach nur geschossen. Wir haben es. Speichern und Bänden. Wow. So. Dann können wir ja gleich in die Herausforderung rennen und schauen, ob man die gleich beim ersten Anlauf schaffen, meine Freunde. Über. So. Und damit haben wir auch den goldenen Stein aus diesem Level. Nice. Und haben wir wieder sechs Millionen, äh, sechs Millionen Stats, Milliarden. 122 von 160 müssen es noch diesen Monat fertig bringen, bevor das neue Spiel rauskommt. Deswegen halte ich mich jetzt da mal ran, meine Freunde. Dann haben wir das andere auch noch fertig zu machen. Aber in Zukunft machen wir dann nur noch die Storys und nicht mehr alles. Dann würde ich sagen, wir machen hier schnell den Cut, um dann die Kanister rein, äh, einzusammeln. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Herausforderung und holen uns die blauen Kanister und hoffen wir, dass wir sie auch gleich finden. Wir haben zehn Minuten Zeit, denke ich mal. So, deswegen, gleich mal gucken. Da war eins. Und da ist Nummer zwei. Das heißt, man muss ja auch alles weg und begrüßen, was im Weg ist. Das heißt, zwei haben wir. Zwei haben wir. Ah, hier ist Nummer drei. Nummer drei. So. Das heißt, das ist Nummer vier. Das ist ja auch alles. Das ist ja auch alles. Nummer 4, da bist du. Okay, hier ist es dann nirgends die Nummer 4. Da ist doch Nummer 4, fisch. Ah, das ist so ne Scheiße hier. Mir egal. Was häng ich da drin? Aha. Aha, da war Nummer 5. Okay. gut es es noch noch sex es 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 also wenn dann sind wir auf dem weg oder hat da langsam durchfliegen immer acht der grunde ist nummer neun das wird unser zehnte also nummer zehn aber alle geholt passt aber geschafft und noch was das mit dazu herausforderung abgeschlossen so musste sein meine freunde so gefällt mir das so dann würde ich sagen sind wir natürlich wieder an ende des videos angelangt und gehen dann gleich ins nächste kapitel rein so gut wir haben das kapitel auch jetzt komplett abgeschlossen alle drei goldenen steine eingesammelt sie wenig gibt es eingesammelt war er je die simon geworden alle zehn blauen kanister mal angesammelt und im blauen stein und er meine freunde wenn euch das video gefallen hat auf jeden fall daumen nach oben da lassen würde mich sehr freuen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollte dann einfach den aboklopf betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und das brechen gilt wüsste ganz genau satschen power ist am start satschen power hat ein video geladen satschen power ist last im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xsdgdxpower oder link in der videobeschreibung folgen und wenn jemanden trinkern da lassen möchte dann auf www.payball.me slash xsdgdxpower oder auch da den link in der videobeschreibung nutzen ja meine freunde jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer lasst euch nicht ärgern nicht von den wands beißen wenn ihr schlafen geht lasst die hände über der bette gespielt liegt an euch selbst rum lasst euren ich bin raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten letzten wieder macht's gut und bis an japan